Du redest um Erfolg, doch du hast keinen Plan Außer einen Plan, wie man sich steht Seinen Keul, du kannst machen, was du willst Hier hast du eine Chance, den Revolver zu laden Na, bitte fang an Über dich kann ich Geschichten erzählen Also komm mir nicht damit, du könntest was erklären Trifft man dich dann beim Skinhead-Konzert Bist du derjenige, der Trinkreste lehrt Es zeigt mir den Wert deiner geistigen Reife Du hast gut vorgelegt mit der weiblichen Seite Denn du baggerst nur die alten Ladies an Weil du weißt, dass man auf alten Schiffen segeln kann M-A-D-O-X Komm, wänge diesen Schliff M-A-D-O-X Bringt den alten Pflaumen Glück Deine Streitexte sind Fantasie Ich habe Streitexte, zerberste dein Knie Du bist hier der einzige Wecke-MC Hast kein Flug, ein Talent, nein, du redest zu viel Du bist Sachse, ich Anhalter im Kriegsgebiet Ein Ostdeutscher, der den Sachsen besiegt Denn heute ist klar, ich übernehme den Sieg Es erschlägt dich dein Haus, weil die Erde ja weht Deine Streitexte sind Fantasie Ich habe Streitexte, zerberste dein Knie Du bist hier der einzige Wecke-MC Hast kein Flow, kein Talent, nein, du redest zu viel Du bist Sachse, ich Anhalter im Kriegsgebiet Ein Ostdeutscher, der den Sachsen besiegt Denn heute ist klar, ich übernehme den Sieg Es erschlägt dich dein Haus, weil die Erde ja weht Du bist ein M-A-D-O-X Ne Pussy in nem rosa Kleid Ein M-A-D-O-X Der Typ, der steht's auf Omas Geiz Sag mir M-A-D-O-X Wie spielt es sich mit Omas Schleim? Dein Schwanz ist ziemlich dick Also steckst du ihn in Oma rein Du bist schon so ein Held, der auf alte Weiber steht Ein Gott in deiner Welt, weil dir dabei einer abgeht Du sprichst hier von Erfolg Ich sag dir, wer du bist Ein kleiner Haufen Scheiße Der bestialisch stinkt Als wär er von ner Dogge Doch du bist ein kleines Kind Das große Töne spuckt Was man als Jammern vernimmt Du bist ein kleines Ball Was beim N-H-R Große Töne schreit Ich sehe und lese und mache dich platt Du bist im Gehege, in mir brodelt der Drang Dich zu zerlegen, doch wohl macht nicht satt Du bist selten demig, deine Nuss wird geknackt Deine Quali ist echt Schlechter als schlecht Drum kopier ich dein Statement und mach sie dir recht Wie kann man seinen Text öffentlich präsentieren? Jeder Gegner mit Plan würde so reagieren Die Akte von X, sie beachtet gewiss Diese Akte von X, komm beachte die Fläche Ist die Akte von X, die beachtliche Sprech Diese Akte von X, sie betrachtet gewiss Du bist ein M-A-D-O-X Ne Pussy in nem rosa Kleid Ein M-A-D-O-X Der Typ, der steht's auf Omas Geiz Sag mir M-A-D-O-X Wie spielte sich mit Omas Schleim? Dein Schwanz ist ziemlich dick Also steckst du ihn in Oma rein Nur wenn wir wissen, was uns krank macht Können wir auf Heilung hoffen bin weis Bis zum nächsten Mal from Vielen Dank.